hallo und herzlich willkommen zu wieder change.world mein name ist robert dieses video geht in die tiefe freunde ist vielleicht nicht für jedermann ich bin jetzt dabei ein paar wahrheiten mit euch zu teilen über das leben über unsere existenz hier als menschen auf erden es sind meine erfahrungen und meine gedanken es ist nicht die absolute wahrheit aber ich möchte mit diesen themen zum denken anregen und vor allem möchte ich damit den horizont erweitern das leben kann wunderschön sein freunde wenn wir es uns hier schön machen wenn wir verstehen was wirklich wichtig ist für uns und wenn wir anfangen unserem herzen zu folgen wenn wir das tun was unser herz verlangt erfahren wir glückseligkeit inneren frieden und liebe all das außenrum im leben ist nur bedingt wichtig all diese propaganda all diese meinungsmache all das was uns als wahrheit verkauft wird ist oftmals das gegenteil von dem wollen wir zur quelle gelangen müssen wir gegen den strom schwimmen und nicht mit dem mainstream dem hauptstrom sich treiben lassen treiben lassen es immer einfach gegen den strom zu schwimmen bedeutet eine kraftanstrengung wir müssen den willen aufbringen an uns wachsen zu wollen und wenn wir das verstanden haben dann öffnet sich für uns eine neue welt denn wir sind die schöpfer unserer eigenen realität die welt besteht nicht nur aus materie in diesem video schalte ich ein video eines sehr klugen menschen rein der ist sehr gut erklärt bildlich erklärt wie und aus was wir selbst bestehen nach heutigen ja ich sag mal mehrheitlicher anerkennung läuft folgendes an sie wissen alles was wir sehen was wir materie nennen besteht aus massen massen haben ein gewicht sie unterliegen der schwerkraft elektronen haben eine masse atomkern hat eine masse alles besteht aus atomkern und elektron aber jetzt gibt es einen raum dazwischen zwischen atomkern und elektron und der ist riesengroß wenn sie den atomkern so groß wie ein fußball machen 20 cm dann wäre im falle des wasserstoffatoms das nächste elektron in zehn kilometer entfernung ist also ein riesen raum dieser raum füllt uns auch aus vollständig fast man sagt muss vollständig sagen denn zu 99 und jetzt kommen weitere 99 prozent unseres raumvolumens bestehen wir aus diesem masse leeren raum da gibt es keine massen oder umgekehrt nur zu null komma und jetzt kommen 8 nullen und dann eine 1 prozent bestehen wir aus massen das ist so gering dass man es vergessen könnte jetzt ist natürlich die frage wenn wir so vollständig aus diesem sogenannten vakuum bestehen so heißt es in der physik ja was steckt da eigentlich wichtiges drin und jetzt gibt es das modell in der quantenphysik dass dieser raum wieler ist der hauptsächliche verbrechter davon und vorher war es bohr das heißt auch deswegen kopenhagener deutung dass dieser raum voll ist von energie und information aber und das ist jetzt wichtig als sogenannte virtualität als möglichkeit als möglichkeit und diese information und diese energie wartet darauf in die realität gescheitert zu werden was meinen wir mit realität realität ist für uns westliche menschen in der östlichen philosophie sieht es etwas anders aus ist für uns westliche menschen das was mit kräften arbeitet und mit zeitoperation was heißt das wenn wir ein messgerät aufstellen dann wird eine energie übertragen es entsteht eine kraft und jetzt sagen wir ist etwas vorhanden realität und weil dieses vorhandene anders aussieht als das vorher sagen wir es ist eine zeit vergangen nun entsteht überhaupt erst zeit kräfte entstehen immer erst an massen zeit entsteht immer erst an massen und wir nennen diese kraft operation und diese zeit operation realität jetzt muss man aber fragen ja wer schaltet denn jetzt aus dem virtuellen aus den möglichen in die kraft komponente hinein und jetzt kommt etwas ganz wichtiges die kopenhagener deutung sagt es ist eine beobachtung und diese beobachtung ist mit einem messvorgang verbunden und diese beobachtung ist an eingeben von sinn und bedeutung gekoppelt eine maschine kann es nicht und wer gibt sinn und bedeutung menschen oder andere lebewesen und damit sinn und bedeutung gegeben wird ist ein bewusstsein notwendig wieder sind wir beim bewusstsein und unbewusst geben wir sinn und bedeutung mit gefühlen das ist sogar der sinn der gefühle wenn das passiert dass wir sinn und bedeutung gegeben haben passiert etwas sehr eigenartiges aus der möglichkeit das ist eine überlagerung ein rauschen von allem möglichen man spricht jetzt von kollabieren der möglichkeiten entsteht ein eine sogenannte entität entität heißt das was ein sein hat was die informationen für eine kraftübertragung darstellt jetzt sind wir so weit dass wir etwas messen können jetzt haben wir realität also zusammengefasst die quantenphysik sagt im speziellen fall die quantenmechanik sagt wenn wir aus dem meer aller möglichkeiten sprich vakuumbereich ist ein schlechter ausdruck weil vakuum sieht immer so leer aus aber es ist ja voll es ist ein meer ein plenum wenn wir aus diesem meer aller möglichkeiten eine möglichkeit herausfischen die erkannt haben mit sinn und bedeutung und dann ist es in dem augenblick wo wir das sagen information information muss erkannt sein sonst wäre es keine information dann entsteht ein teilchen das sind mehr quanten können ein photon sein kann ein gluon sein gibt es viele teilchen und dann werden kräfte übertragen und jetzt entsteht realität und das geht nicht nur mit einem quanten das geht auch mit mustern von quanten und jetzt vielleicht noch eins wichtig dieses vakuum in uns spricht das meer aller möglichkeiten wenn man das rausnehmen würde aus unserem körper blieben von uns etwa 20 mikrometer übrig man müsste uns mit mikroskop suchen das übergewicht behalten wir trotzdem weil die massen sind ja weiterhin drin aber dieses vakuum geht jetzt fließend über in diesen raum dieser raum geht fließend über in die atmosphäre der erde fließend über in den ganzen kosmos ins ganze universum und dieser ganze raum des universums einschließlich meines innen raums ist identisch als mehr aller möglichkeiten und wenn ich jetzt etwas in die realität geschaltet habe dann wird das registriert von dieser sogenannten speicherplatte das nennt sich vorhin mit interwelt das wird registriert diese muster bleiben erhalten man spricht da als modell von einer musterordnung der higgs teilchen man denkt dass diese informationen über higgs teilchen repräsentiert werden und was ich hier jetzt einspeichere hier und jetzt verbreitet sich weil es dort keine zeit gibt es gibt keine massen in diesem raum sofort man sagt von quasi instantan ins ganze universum und an jedem ort des universums könnte ich diese information wieder herausholen und wieder zu kräften laufen lassen das bewusstsein schaltet also unsere realität und wir bestehen aus so viel nicht materie und wir schenken dieser nicht materie aus der wir so 99,999999999% bestehen in unserer westlichen welt überhaupt keine beachtung und wenn wir das nicht tun ist das leben echt trist denn wir verfehlen den kern aus dem wir eigentlich bestehen nämlich aus geist aus prana aus potenzial aus möglichkeiten wenn wir das verstehen das einfache beispiel mit dem atomkern und den elektronen da draußen und uns bewusst werden dass das eben kein leerer raum ist kein vakuum ist die indische die indische philosophie spricht vom eter und der raum des eters ist ein raum voller möglichkeiten wir haben also die möglichkeit diese möglichkeiten die in uns sind die uns umgeben mit unsere gedanken zu beeinflussen wir haben die möglichkeit die verantwortung für uns unser leben zu übernehmen in der materie aber vor allem in der spiritualität ich bin diesen weg gegangen freunde ich bin heute hier wo ich heute bin weil ich mich mit mir selber beschäftigt habe auf meinen reisen hatte ich viel zeit mir gedanken zu machen über gott und die welt vor allem mich selbst und ich bin sehr dankbar für all diese erfahrungen und ich bin sehr dankbar am leben zu sein und dieses höhere bewusstsein zu genießen mein leben ist keine qual mehr ich habe qualen gelitten ich leid unter depressionen ich habe keinen sinn in meiner existenz gesehen hier auf erden und heute lebe ich mein volles potenzial aus dafür bin ich sehr dankbar ich hoffe dass ich mit diesem video zum nachdenken anregen konnte wenn ihr mehr von solchen themen wissen möchtet schreibt mir bitte in den kommentaren ich grüße euch ganz herzlich aus peru euer robert das ist das ist die dass